Hau ihm noch eine rein. Der hat noch nicht genug. Jetzt hau ich euch eine rein. Jetzt hau ich auch eine rein. Müsst ihr jetzt auch akzeptieren. Der hat dich beleidigt. Dafür kriegt ihr jetzt aber eine gescheuert. Dafür kriegt ihr eine gescheuert. Oh scheiße, das war zu toll. Das war zu toll. Entschuldige, der liegt auf dem Boden im Blut. Mein Blut hat sich verdient. Ich heb ihn auf, Mensch. Aber so geht es nicht. Der liegt am Boden, du. Warum denn jetzt plötzlich so Norddeutsch? Das ist hier der beste Gründe der Welt. Was ist das denn? Jawoll, Johnny. Hau ihm noch eine rein. Der hat noch nicht genug. Jetzt hau ich euch eine rein. Müsst ihr jetzt auch akzeptieren. Dafür kriegt ihr jetzt aber eine gescheuert. Dafür kriegt ihr eine gescheuert. Okay. Das war zu toll. Entschuldige, der liegt auf dem Boden im Blut. Mein Blut hat sich verdient. Mein Blut hat sich verdient. Ich heb ihn auf, Mensch. Aber so geht es nicht. Es ist ein Schlagröcher für immer. Ihr müsst darauf achten. Jedes Mal, wenn für uns hier irgendwas schlägt. Bob. Bob. Bobi, Bob. Oh yeah, wir sind eine Bandmacher. Das wäre mein Instrument. Du klingst wie ein kleines Digeridoo. Ich dachte, du bist eine Lichtgestalt. Ist die Kamera zu hell oder bist du zu bleich? Ja, Saurus. Verhütungsmittel anwenden. Wann kommt das Best of? Tja, das ist jetzt... Was war denn heute? 28. Am 28.11. Nein, normalerweise kommt es ja immer so in der ersten oder zweiten Folgewoche. Ich hoffe mal, dass es im November kommt. Ja, ich versuche es jetzt nächste Woche. Es war jetzt nur das letzte so spät. Und davor das auch. Weil da immer noch ein Urlaub von mir dazwischen war. Also spätestens am 38.10. Ach, Toni Maroni hier. Guckt da auch nochmal vorbei. Hier, wo ich jetzt hier das Kneipenquiz aufmache. Wo hier auch so ein Toni Maroni dabei ist. Hier, guck mal. Kaum sieht er sich im Stream. Folgendes gesagt. Bibergeil. Bibergeil sage ich dazu nur. Ja, also normalerweise wäre jetzt wahrscheinlich... Müsste mal Anton fragen, wenn er im Chat ist. Wann ich wieder bei dem Feinen her? Ich muss ja erstmal wieder auf die Burg. Es läuft ja immer so. Ich schneide hier... Ich hatte auch das letzte Mal, hatte ich das Best of quasi schon zwei Tage später fertig. Und dann muss ich mich erstmal auf den Weg machen zu der Burg, wo Anton wohnt. Und dann erstmal ein Ticket holen, hier am Automaten, damit der Burg graben. Damit dieses hier Tor-Ding da runter kommt. Da fahre ich da rein. Dann muss ich erstmal nach dem Weg fragen zum Thronsaal. Weil es ist eine riesengroße Burg. Und dann komme ich da irgendwie hoch. Und dann sitzt Anton da auf seinem Thron natürlich. Und dann muss ich davor... Muss ich erstmal hier Liegestütze... Wie heißt das nochmal? Muss ich mich erstmal verbeugen? Und muss fragen... Heiliger König Anton... Wann könnte ich denn bitte nochmal einen Upload-Slot bekommen für das Best of? Ich hätte das jetzt hier fertig. Ich habe das ja immer schon ganz schnell, wie Sie wissen. Ich sieze dann auch wieder. Und frage dann, wann wäre denn da nochmal was frei? Und dann sagt Anton teilweise ja erst in... Dann tut er so, als würde er gucken. Aber eigentlich steht in seinem Heft gar nichts drin. Habe ich schon rausgefunden. Dann nennt er mir so einen Termin in drei Wochen. Und dann sage ich aber... Eure Lordschaft... Das können wir doch nicht erst in drei Wochen hochladen. Weil dann ist ja der September... Dann ist ja der... Oktober schon fast vorbei, wenn ich das September best auf hochladen. Dann sagt er... Tja... Du bist im Community-Management. Das kannst du ja den Leuten dann verklickern. Warum das erst so spät kam. Ja... Und so läuft es manchmal. Ja... Und dann bezahle ich mein halbes Monatsgehalt. Und dann habe ich jetzt noch letztens einen Slot bekommen. Und ja... Also ich bin mal gespannt. Vor lauter Urlaub scheinst du dir nicht mehr sicher zu sein, welcher Monat eigentlich ist. Ja... Tatsächlich... Ich hätte jetzt... Um das auch mal kurz hier schon mal anzumerken. Ich habe nächsten Monat tatsächlich auch noch Urlaub. Ähm... Aber ich versuche es jetzt nächste Woche fertig zu bekommen. Und dann peile ich jetzt mal den sechsten an. Sodass Anton das jetzt auch mal gehört hat. Falls nächste Woche irgendwie doch noch was dazwischen kommen könnte, dann könnte es auch der 13. werden. Danach habe ich Urlaub. Also spätestens wird es der 27. Hahaha... 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 So... Haben wir das auch geklärt? Eilid. Eilid. Eilid! Jawol! Hahaha... Eilid, you did it! Du hast dann deinen Burger verdient, Eilid. Was bestellst du dir? Was? Eilid! 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 Ich dachte schon gerade, er geht doch mal ran, er holt immer seinen Burger hier wirklich von mitten aus der Mitte raus. Och Mann. Oh nee. Oh, das war gut. Das habe ich gesehen. Das müsst ihr euch jetzt mal gönnen. Das ist ein Video, wo immer nur ganz, ganz schnell gewechselt wird zwischen Yes und No. Und dann kannst du quasi wie bei Mentalo eine Frage stellen. Soll ich das und das machen? Und dann lässt du das Video laufen und klickst einfach random, machst Augen zu, klickst auf Stop. Und dann siehst du, ob da Yes oder No steht. So kannst du quasi alle wichtigen Lebensentscheidungen treffen. Und jetzt passt mal auf, was hier passiert ist. Reiß du mal drei ab. Hat dieses Video mehr als 10.000 Klicks? Oh. Hat dieses Video mehr als 5.000 Klicks? Oh. Hat dieses Video mehr als 7.000 Klicks? Oh. Hat dieses Video mehr als 8.000 Klicks? Oh. Okay. Zwischen 7.000 und 8.000. Jetzt nicht jeden einzelnen. Dann sage ich 7.300. 7.300. Die Logik dieser Entscheidung hätte Lars Pausen durchaus gewundert. Aber trotzdem muss es nicht falsch sein. Kumbaya. Es hat die Wahrheit gesprochen. Es hat die fucking Wahrheit gesprochen. Und jetzt alle, die vorhin ihre Frage gestellt haben, so, oh fuck. Oh shit. Das ist doch nicht, das ist doch unglaublich. Das können ja gerne mal Leute, die von euch richtig gut in Mathe sind, können ja mal ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass, wenn man so oft das fragt, dass da das Richtige rauskommt. Das könnt ihr mal ausrechnen. Das ist ja, also, das wird dir niemand glauben, wenn das oft keinem passiert wäre und du erzählst es irgendjemandem, nö. Was? Fifty-fifty? Nein, Quatsch. Das steht nicht Fifty-fifty. Was? Ihr müsst das doch rechnen, wie oft ihr das hier macht. Zwölf, fünf Prozent. Sag ich jetzt, ihr Lümmel hier direkt mal, ich hab's ausgerechnet, Fifty-fifty. So, das war doch hier Brooklyn Show schon wieder. Und Hafermilchmann. Hafermilchmann ist nämlich auch hier wieder so ein Troll. Fifty-fifty, entweder es passiert oder es passiert nicht. Nein, das muss man anders rechnen. Jetzt hör doch mal auf. Hier spielt doch noch eine Reihe, die Reihenfolge auch nochmal eine Rolle, oder nicht? Fifty-fifty und der macht es viermal. Viermal 50, also 200 Prozent. Ihr müsst doch hier mit rechnen, der fragt doch vorher, ob es drunter und drüber ist. Das stimmt doch auch noch. 0,5 mal hoch vier. Sechs Prozent. Komm, was weiß ich. Ein halb hoch Anzahl der Fragen. Reihenfolge ist egal. Was? Ihr treut mich doch. Die weiteren Fragen bauen auf der Antwort davor auf. Seid ihr denn da ganz wild? Wahrscheinlichkeiten haben den Hebel 3,6. Ich höre jetzt auf. Ihr macht euch nur wieder Quatsch. Aber bin ich ja gut, dass ihr auch euch nicht so gut mit Mathe ausgeht wie ich. Ey, warte mal. Was? Wie lange, wann habe ich das letzte Mal in eurer Welt was gesagt? Oh. 10 Minuten. Äh, das ist eine ganze Weile nichts. Oh shit, ey. Du hast dich gemutet? Ja, oh ja. Ich habe diverse Sachen erzählt. Ähm, unter anderem einen Gag von Nesus vorgelesen, auf den niemand reagiert hat, weshalb Nesus sogar gekränkt ist. Den musst du wiederholen, erzähl den Gag nochmal. Nesus hatte gefragt, warum du nicht Nigula heißt. Oh, wie ein Coole. Ja, finde ich einen okayen Gag, habe ich gesagt. Oh mein Gott, hinten. Oh Gott. Okay, jetzt erschrecke ich mich schon vor dem Erschreckgeräusch von anderen. Funktioniert das mit dem Strom nicht und dann war alles stockduster und ich stand hier in meiner Mine von Moria so und habe gedacht, nee, ich glaube, das ist, Blendezu ist vielleicht doch nicht das richtige Spiel, um die Minen von Moria zu bauen. Das ist kein Minchen. Das ist ein Gräbchen. Ja, es ist Moria, aber bei Wish bestellt kann man, würde ich so, zugeben. Fabian und Johanna sind seit diesem Monat mein neues Brettspiel. OTP. Was ist denn OTP? Original. Original Traumpaar. One Trick Pony. One True Pairing. One Time Password. Was ist es? Wenn er mal Formel 1 fahren würde, wie er ins Bild slideen kann. Oh. One True Polar Beer. Ich glaube, es ist sowas wie Traumpaar heißen soll. Ohne Drehbootpaddeln. Ich weiß doch selbst nicht, was es heißt. Na gut. Alles klar. Ich glaube, ich werde einfach demnächst in Diskussion einfach so random Abkürzungen mit so drei Buchstaben reinstreuen. Und dann hoffen, dass niemand fragt. OTP? Ja, keine Ahnung. Das sind meine Lieblings-SMP. Ja, meine auch. Hier, Johanna war schon immer mein Lieblings-DHT. Zusammen mit Fabian natürlich. Ist klar. Und dann natürlich Janina als DDA daneben. Und dann wird das zu einem RDP natürlich. Also ich möchte es mal jetzt einfach mal zugute halten, dass vielleicht ich noch nicht so richtig gut eingerichtet habe, die Gehege. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich mache erst mal auf Stopp. Ich glaube, ich mache erst mal auf Stopp. Und ähm... Also leicht weniger. Oder ist es zu schwer? Das andere ist auf plus zehn. Und das ist, wie schwer ist es? Wie schwer ist es? Das ist tatsächlich zu schwer. Das ist ja auch ein Schwert. Das ist auch ein bisschen eine Folter. Wenn man es wirklich so geballt hintereinander bekommt, dann ist es auch ein bisschen eine Folter. Kann ich mehr.